Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom Ich stehe hier in meiner Küche in Seattle und habe gerade festgestellt, dass von meinen zwei Kochplatten nur eine funktioniert. Das ist super. Ich mache hier den Fast Cooking Monday. Ich werde Nudeln mit Tomatensauce machen. Ich habe schon was vorbereitet. Also hier haben wir Fleisch, da haben wir Tomaten, da haben wir auch geschnitten Tomaten aus der Dose und Spaghetti natürlich, ein bisschen Gewürz und das ist sehr einfach. Und das ist die Grundlage für das Fast Cooking vom heutigen Montag. Also Hashtag Fast Cooking Monday. Und mal sehen, ob ich das nochmal fortsetze, weil nur mit einer Flamme ist das schwierig. Copyright Untertitelung des ZDF, 2020